Du kommst hierher, das ist eine Aktion. Komm, lass mich weggehen. Gekommen, einfach um ihn herauszufordern, um, ich weiß nicht, um ihm Face-to-Face gegenüber zu stehen. Max Koga hat das auch gar nicht gefallen, dass er so tief in seine Privatsphäre geht, dass er ihm, ich sag mal, auflauert oder sucht. Max Koga hat auch mit deutlichen Worten in seinem Video reagiert. Das Video hat Taran gepostet auf Instagram, Freunde. Das Ganze hat uns ordentlich gezeigt, wie die beiden Face-to-Face gegenüberstanden. Es ging zuerst damit los, dass, ja, Taran vor Max Klub direkt gegangen ist. Max sagte, komm mal mit, wir reden ein bisschen außerhalb. Dann sagte Taran zu Koga, dass er ihn überall gesucht hat, er ihm nicht antwortet, er unbedingt diesen Kampf haben will und dass er deswegen zu ihm gekommen ist nach Frankfurt. Koga war die ganze Zeit sehr, sehr aufgeregt. Man hat es an seinem Gesichtsausdruck gesehen. Ja, er war wirklich extrem angepisst von der gesamten Situation. Er meinte auch, ey, du kannst hier nicht einfach vor meinen Klub kommen und mich in diesem Sinne aufsuchen. Das hat ihm gar nicht gepasst, hat er ihm hier signalisiert, guckt euch das ganze Video gerne selbst mal an und schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Lasst natürlich ein Like und ein Abo da, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ich habe schon so viel rausgefunden. Die machen alles, okay. Aber komm zum Kämpfen. Wie lange soll ich noch mal warten? Guck mal, du kommst hierher, weil das ist lang zu. Komm, lass mich weggehen. Wie lange soll ich noch warten? Wie lange? Jungs, alles in Ordnung. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung, ja. Ich habe so viel rausgefordert, du antwortest gar nichts. Was soll ich noch machen? Wo soll ich dich hier finden? Ich werde nicht bei dir in den Gym kommen, aber ich kann auch kommen, das ist kein Problem. Aber da, wo ich dich finden kann, das ist hier. Deswegen bin ich hier. Ich habe nicht gekommen als Schläger oder sowas, aber ich bin für alle bereit, wie immer. Ich weiß, dass du hier gekommen bist, aber weißt du, aber das hat auch jetzt auch begrenzt. Weiter können wir auch nicht gehen.